Hello, ich hoffe es geht euch allen gut. Ich habe heute ein Zeitmanagement bzw. Planungs-Q&A für euch. Das haben wir, wenn ihr euch erinnert, schon vor ein paar Jahren ein paar Mal gemacht. Da durftet ihr so ein bisschen eure Fragen stellen zum Thema Zeitmanagement, Planung, Kalender, Orga, Alltag und so weiter, Routinen, alles was so bei euch anstand. Und ganz viele haben eben beschrieben, was ihnen noch schwerfällt, woran sie scheitern, was schwierig für sie ist und so weiter. Und ich habe versucht mit dem, was ich gelernt habe, so ein bisschen meinen Senf dazu zu geben und euch zu unterstützen. Es gab aber auch immer wieder die Situation, dass Leute einfach wirklich richtig gute Tipps hatten in den Kommentaren. Also wie immer, denkt dran, wir haben eine grandiose Community, wir haben hier so viel einander zu geben. Also es ist nicht nur von mir, sondern guckt immer auch in die Kommentare, weil es einfach so viele kluge Menschen gibt, die sich da zu Dingen äußern. Also sehr, sehr gerne auch da vorbeigucken. Ansonsten würde ich sagen, macht es euch mal gemütlich. Und wir quatschen heute so ein bisschen über Prokrastination, Organisation mit Kind, Selbstständigkeit und all solche Sachen. Und ich würde sagen, wir fangen mal an. Was war deine größte Erkenntnis in Bezug auf Planung? Ich glaube, die größte Erkenntnis hatte ich, nachdem Wimmi geboren wurde, weil da das Planungssystem, was ich bis zu dem Zeitpunkt hatte und perfektioniert hatte, einfach mal komplett aus dem Fenster gesprungen ist. Und ich mir so dachte, okay, krass, es funktioniert gar nichts mehr. Und es ist auch völlig normal, wenn man ein Kind kriegt, ändert sich das komplette Leben, der komplette Alltag, man selbst extrem. Und das ist natürlich auch logisch, dass die Planung sich da auch verändert. Und ich dachte ganz lange, dass ich nur einfach wieder ankommen muss und dann kann ich mein altes Planungssystem nehmen und einfach übernehmen und dann ist alles wieder gut. Aber das ist was, was ich wirklich gelernt habe über die letzten Jahre, dass Planung sich verändert im Laufe des Lebens. Und dass die Dinge, die für einen funktionieren, sich auch verändern können im Laufe des Lebens. Sachen, die früher für mich gar nicht funktioniert haben, sind jetzt meine absoluten Grundlagen. Und umgekehrt, Sachen, die ich früher überhaupt nicht konnte, sind heute meine absoluten Grundlagen. Und das hat mir so ein bisschen klar gemacht, dass Planung natürlich auch sich mitbewegt mit unserem Leben und nicht einfach irgendwas Abstraktes ist, was jemand uns von außen diktiert, sondern das ist was, was wir selbst gestalten. Ein System, was wir uns selbst erarbeiten, ganz individuell zugeschnitten auf unsere Bedürfnisse, auf unseren Charakter, auf unser Leben. Und das macht es natürlich irgendwie ein bisschen überfordernd hier und da, wenn man so gar nicht weiß, wo man anfangen soll. Aber immer dann, wenn man dann so für sich kleine Systeme gefunden hat, macht das so glücklich, wieder so ein bisschen das Gefühl zu haben und alles im Griff. Ich glaube, das ist für mich so das schönste Gefühl, wenn ich abends im Bett liege und ich merke, ich habe erledigt, was ich erledigen wollte. Die Wohnung ist ordentlich, ich bin zufrieden mit mir und ich weiß, dass ich keine Angst vor irgendwas haben muss. Ich glaube, das ist so der Hauptpunkt, keine Angst vor irgendwas haben. Und das macht es einfach großartig. Ich kann euch wirklich nur empfehlen, wenn ihr jemand seid, der gerade total struggelt mit seiner Orga, mit seinem Zeitplan. Also A, macht das nicht zu eurer Persönlichkeit. Okay, ich habe keine gute Orga, also bin ich ein schlechter Mensch. Das gibt es ja auch, dass man sich da manchmal auch so ein bisschen selbst geißelt. Das hat damit überhaupt nichts zu tun. Wenn ihr keine gute Orga habt, habt ihr keine gute Orga. Dann müsst ihr einfach gucken, dass ihr euch eine bessere Orga organisiert. Und das geht nicht per Fingerschnipp, sondern man muss einfach wirklich gucken, welche Systeme gibt es, was machen andere so, was kann ich davon für mich auch übernehmen, was funktioniert und was nicht. Und es ist total okay, bestimmte Systeme auch auseinander zu pflücken und sich nur einzelne Aspekte zu nehmen, weil man sagt, okay, der Teil funktioniert für mich und der nicht. Dann schnappt euch alles, was funktioniert und baut euch wie so mit Bausteinen euer eigenes System auf. Und wenn ihr merkt, irgendwas funktioniert nicht mehr, guckt euch die Bausteine an und schmeißt wieder raus, was nicht mehr funktioniert und sucht euch neue Sachen, die funktionieren. Das ganze System ist flexibel und das ist eigentlich richtig geil, weil man immer wieder neu entscheiden kann und neu strukturieren kann und immer wieder an diesen Punkt kommt, dass man denkt, geil, es läuft. Ich schaffe es nicht anzufangen, also Prokrastination ist ein Thema. Die erste Frage, die ich mir mal gestellt habe, ist, warum zum Henker prokrastiniert man eigentlich? Ich glaube, ganz viele, habe ich auch lange, verbinden Prokrastination mit Faulheit. Leute, die prokrastinieren, sind faul, die haben keinen Bock oder wollen einfach mal alles aufschieben und lieber andere Sachen machen und so weiter. Aber ich glaube, so einfach ist es nicht. Ich glaube, Prokrastination hat so unterschiedliche Gründe. Es gibt so psychologische Aspekte, wie so eine emotionale Überforderung. Klar, auch wenn man mental herausgefordert ist, besonders gestresst ist, dann passiert einem das, dass man in so eine Schockstarre kommt und irgendwie gar nichts mehr machen kann. Häufig ist es aber auch eine Angst vor dem Anfang, weil man Angst vor der Aufgabe hat. Das ging mir mit meinen Abschlussarbeiten so, dass ich ganz doll Schiss hatte davor, die nicht gut hinzukriegen oder die zu versauen, dass ich deswegen auch lange, lange die vor mir hergeschoben habe, bis dann der Zeitdruck so groß war, dass ich anfangen musste. Es gibt aber auch andere Sachen, die so zum Prokrastinieren führen. Und ich glaube, die häufigste Ursache, klar, Social Media und so weiter, diese Möglichkeit, schnell sein Belohnungssystem zu aktivieren, indem man diese Reels oder TikToks oder was weiß ich durchscrollt, das macht was mit einem. Ich glaube, das kennt jeder von uns, dass man manchmal so versinkt in diesen Apps. Und ich finde es auch mal okay, aber manchmal macht man das genau dann, wenn man super viel zu tun hat, weil es einfach den schnelleren Belohnungseffekt gibt. Und ich glaube, das Beste, was man an der Stelle machen kann, ist sich das zum einen bewusst zu machen, ey, ich scrolle gerade, weil ich einfach eigentlich zu viel zu tun habe und überfordert bin. Und eigentlich sollte mein Weg sein, in diese Überforderung zu gehen, mich dem kurz mal zu stellen und zu sortieren, um dann anfangen zu können und nicht weiter diesen Weg zu gehen, weil es nur alles wieder schlimmer macht. Ich finde es super wichtig, sich klar zu machen, dass man sich an der Stelle nicht selbst bestrafen sollte und sagen sollte, ey, du blöde Kuh, du hast es wieder nicht hingekriegt hier, den ganzen Tag gescrollt oder einfach hier tausend andere Sachen gemacht, die Wohnung geputzt, obwohl du tausend andere Sachen am Rechner alles tun müssen und Deadlines hast und so weiter, sondern sich darüber klar sein, es hat Gründe und ich muss die Gründe rauskriegen und ich muss gut zu mir sein und ich muss Wege finden, wie ich trotz dieser Gründe anfangen kann. Es gibt auf jeden Fall ein paar Sachen, die helfen. Für mich ist sehr sinnvoll diese Zwei-Minuten-Regel, ich weiß nicht, ob ihr die kennt, wenn etwas zwei Minuten dauert, dann macht es sofort. Das funktioniert nicht in jedem Bereich, denn das habe ich auch schon mal benutzt, um zu prokrastinieren, indem ich dann gesagt habe, ja, es dauert ja nur zwei Minuten, das Brett da abzuwischen. Und es dauert ja nur zwei Minuten, den Tisch abzuwischen und es dauert ja auch nur zwei Minuten, einmal kurz meinen Schreibtisch sauber zu machen, sodass ich dann tausend kleine Sachen gefunden habe, die am Ende aber nicht zwei Minuten waren, sondern irgendwie zweieinhalb Stunden und mich geärgert hat, dass ich die Zeit verbummelt habe, in der ich eigentlich hätte anfangen müssen. Aber sonst ganz grundsätzlich, wenn man auch so abwirtschaftet im Haushalt und so weiter oder man sitzt an einer E-Mail und man kriegt eine Antwort, wenn ich weiß, diese Antwort kostet mich zwei Minuten, mache ich sie lieber sofort, als sie auf eine Liste zu schreiben, um sie dann morgen zu machen. Manchmal ist es wirklich hilfreich, das dann anzuwenden und sich klar zu machen, es geht so schnell, komm, das mache ich jetzt auch noch schnell weg. Und das erleichtert einem so ein bisschen den Alltag und es räumt einem häufig den Rücken frei, sodass man dann weniger gestresst ist und auch weniger prokrastiniert. Die zweite Technik, die ich jedem empfehle, der sagt, ich bin überfordert, ich weiß nicht, wie ich anfangen soll, das ist mir alles zu viel, ist definitiv die Pomodoro-Technik. Auch das kennt ihr schon, wenn ihr auf meinem Kanal eine Weile unterwegs seid, aber das ist wirklich das Beste, wenn man lange Lernsessions vor sich hat oder wenn man lange an der Aufgabe arbeiten muss und denkt, Alter, ich muss heute den ganzen Tag am Rechner sitzen und diesen Scheiß machen, ich habe so keine Lust. Wenn man sich das überlegt, kann ich total verstehen, dass man prokrastiniert. Ihr könnt ja mal überlegen, was sich besser anhört. Ich muss jetzt den ganzen Tag am Rechner sitzen und diesen Quatsch machen von 8 Uhr bis 18 Uhr und ich habe jetzt schon keinen Bock mehr. Oder fühlt es sich besser an zu sagen, ich muss jetzt 25 Minuten das Zeug machen und dann habe ich Pause. Das ist einfach nochmal ein anderes Gefühl und das fühlt sich alles nicht mehr so groß an, sondern eher so in kleine Häppchen geteilt und man kann es dann leichter auch angehen. Auch da nochmal kurz runtergebrochen, Pomodoro-Technik ist eben 25 Minuten Arbeiten, 5 Minuten Pause, 25 Minuten Arbeiten, 5 Minuten Pause, bis man dann sozusagen das Ganze 4 Mal gemacht hat und dann hat man 30 Minuten Pause. Das klingt immer alles ganz schön viel, aber es hilft total, sich 25 Minuten konzentriert an was ranzusetzen, zu arbeiten und dann 5 Minuten einfach kurz mal den Rechner sein lassen, an die frische Luft gehen, sich was zu trinken holen, mal aufs Klo gehen und dann wieder ransetzen. Das macht es wirklich machbarer. Also das habe ich benutzt für meine Lernsessions im Studium, meinen 7 Modulen, völlig abstrus, auch für meinen Abschlussarbeiten oder auch für große Abgaben, die ich in den letzten Jahren hatte. Das ist wirklich einfach die beste Technik überhaupt. Wenn ihr abgesehen von großen Projekten Probleme habt anzufangen, kann ich euch auch empfehlen, euch wie so eine kleine Anfangroutine zu machen. Wenn ihr mir schon lange folgt, dann kennt ihr so ein bisschen meinen üblichen Satz, ich mache mir jetzt einen Kaffee und fange an. Für mich ist dieses Kaffeemachen wirklich so ein bisschen Signal an meinen Hirn, jetzt kommt der Teil, wo wir uns konzentrieren. Und ich hatte ja vor ein paar Jahren so ein bisschen das Problem, dass ich emotional sehr herausgefordert war und deswegen auch da totale Probleme hatte, aus diesem Sumpf an Gedanken rauszukommen. Und was mir da immer, immer hilft, ist Musik. Und es gibt unterschiedliche Playlists auf Spotify, ihr könnt ja mal vorbeigucken, unter anderem auch so Konzentrationsmusik. Es gibt auch viele, die schwören auf so Black Noise oder Brown Noise oder White Noise. Auch da gibt es auf YouTube ganz viele Videos. Einfach mal eingeben, da findet ihr was und probiert mal so unterschiedliche Sachen aus. Ich habe inzwischen so eine Konzentrationsplaylist mit so leichter Pianomusik, die nicht zu aufregend ist, die nicht schnell ist, die eher so sanft ist und einen so ein bisschen in den Arm nimmt und über die man vor allem nicht groß nachdenkt. Die bringt einen nicht in eine spezielle Stimmung. Die ist nicht so, dass man irgendwie dann ins Träumen kommt und an irgendwas oder irgendwen denken muss, sondern es ist wirklich eine Musik, die man wunderbar im Hintergrund laufen lassen kann. So brutal das irgendwie auch klingt für die Musiker, aber ihr wisst hoffentlich, was ich meine. Und die mir durch die Songauswahl, die da drin ist, ich kenne immer den Anfang. Die ersten Songs gehen los und ich denke, ah ja, ist klar. Und es ist wirklich wie der Pavlosche Hund. Mein Hirn hört das, mein Hirn riecht den Kaffee und denkt, ah, ist klar, los geht's. Ihr müsst nicht dieses Ritual machen. Das ist nur das, was für mich funktioniert. Ihr könnt euch was anderes machen. Ihr könnt auch sagen, ey, ich kuschle immer zehn Minuten mit der Katze und dann fange ich an. Auch das kann total helfen. Sucht einfach irgendwas, was euch hilft. Es kann auch sein, dass ihr total produktiv werdet, wenn ihr sagt, bevor ich anfange zu arbeiten, schreibe ich eine halbe Stunde lang Morgenseiten und dann fange ich erst mit der Arbeit an. Dann habe ich den Kopf frei und kann mich darauf konzentrieren. Auch das ist eine super Möglichkeit, um da so ein bisschen das Hirn zu trainieren auf, jetzt geht's gleich los mit der Arbeit. Das ist sehr, sehr, sehr hilfreich. Wenn es doch eine große Aufgabe ist, die euch überfordert, dann kann ich auch an der Stelle immer nur wiederholen, macht die große Aufgabe klein. Es hilft nicht, wenn ihr versucht, mit einer Hand irgendwie einen kompletten Kuchen zu essen. Ihr müsst den schon in Teile schneiden und den so ein bisschen Stück für Stück euch genehmigen, weil es einfach sonst überfordert. Wenn man sich sagt, ich schreibe heute meine Masterarbeit, ist das so, also A, werde ich das niemals schaffen. Oh mein Gott, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Das ist viel zu viel. Oh mein Gott, das ist nur so ein diffuser Wust, der da auf einen zukommt, anstatt zu sagen, okay, heute kümmere ich mich erst mal um den Titel und ich kümmere mich um die Literaturrecherche. Was für Bücher kann ich überhaupt lesen, um zu dem Thema mehr zu erfahren? Das ist heute meine Aufgabe. Ich muss keins davon lesen. Ich muss auch noch nicht großartig was begriffen haben, aber ich suche mir jetzt erst mal Literatur aus, die empfohlen wird. Ich spreche vielleicht mit meinem Dozenten, gucke mal, was der mir dazu sagen kann und so weiter. Das Gleiche kann man auch anwenden auf andere Sachen. Wenn man sagt, ich will hier einen Umbau machen im Wohnzimmer und ich sage, ich will mein komplettes Wohnzimmer umgestalten, dann ist die Idee nicht, heute gestalte ich mein Wohnzimmer um, sondern heute suche ich mir über Pinterest mal ein paar Bilder raus, was ich mir vorstellen könnte, was ich schön finde. Gucke, in welche Ecke könnte ich was machen, wie ist das Farbkonzept und was finde ich generell schön. Inspiration suchen kann Schritt 1 sein. Und wenn ihr merkt, dass auch Schritt 1 euch noch überfordert, könnt ihr auch Schritt 1 nochmal kleiner machen. Macht das so lange klein, diese Aufgabe, die erste Aufgabe, bis sie sich nicht mehr riesengroß anfühlt, bis sie sich anfühlt nach was, was man so in 10 Minuten machen kann und dann fängt man eher an. Das klingt immer so ein bisschen, als wenn man irgendwie sonst nicht in der Lage wäre, aber es ist wirklich psychologisch erwiesen, dass es einem leichter fällt, wenn die Aufgabe sich nicht anfühlt, als wenn sie einen total erschlägt, sondern wenn es kleine, machbare Häppchen sind. Lieber kleine, machbare Häppchen machen, als zu versuchen, das große Ganze zu machen und man schafft es sowieso nicht. Was auch helfen kann, wenn man merkt, okay, ich stecke richtig fest im Prokrastinieren. Ich habe so richtig Prokrastinationsroutinen entwickelt. Ich komme hier gar nicht raus. Versucht euch, Hilfe zu holen. In eurem Freundeskreis, bei Arbeitskollegen, kommuniziert. Natürlich auch mit Leuten, denen ihr vertraut. Ist klar, je nachdem, in welcher Position man ist, muss man natürlich auch aufpassen. Aber ich glaube, es ist schon hilfreich, selbst wenn ihr mit der besten Freundin sprecht und sagt, hey, ich merke, ich habe momentan total Probleme anzufangen. Kannst du so ein bisschen mich in den Arsch treten? Können wir das vielleicht zusammen machen, dass du mir deine To-Do-Liste für den Tag schickst und ich schicke dir meine? Und dann können wir uns zwischendurch updaten und sagen, ey, ich habe das und das geschafft. Und dann schreibst du mir, was du geschafft hast. Es ist so witzig, was das für einen Effekt hat, wenn man so in seinem eigenen Süppchen rumkocht und da so rumrührt und so ein bisschen seinen eigenen Kram macht. Dann denkt man manchmal so, ach, ist jetzt egal. Ach, ist jetzt auch nicht schlimm. Ach, na ja. Aber wenn man weiß, dass jemand nachfragt und jemand ein Auge darauf hat und jemand eine Erklärung von einem erwartet, wenn man sagt, ey, ja, habe ich nicht gemacht. Und sagt, hey, warum nicht? Hast du es nicht geschafft? Und man muss sagen, ich bin schon wieder im Scrollen versunken. Dann ist die Hemmschwelle, wieder ins Scrollen zu versinken, sehr viel kleiner, als wenn man das nicht hat. Ich habe kein richtiges Zeitgefühl und ich verliere mich in fast allem, was ich tue. Tipps. Kenne ich, damit bist du definitiv nicht alleine. Das geht, glaube ich, vielen so. Ich glaube, an der Stelle ist es super hilfreich, sich so ein bisschen zu versuchen, zeitlicher einzuschränken. Ich habe irgendwann mal angefangen mit Timerstellen. Das habe ich, glaube ich, auch mal erzählt, weil Time-Blocking für mich zu dem Zeitpunkt noch viel zu intensiv war, weil ich das Gefühl hatte, okay, ich habe kein Gefühl mehr dafür, wie lange brauche ich für Sachen. Und es gibt so Aufgaben, die brauchen ihre Zeit und dann gibt es andere Aufgaben, die kann man in zweieinhalb Stunden erledigen oder einer halben. Weil man einfach manchmal sich nur kurz konzentrieren muss, das ganz kurz durchziehen muss und sich nicht im Detail verlieren darf. Und es ist einfach schneller gemacht, als wenn man eben genau das tut, so ein bisschen Perfektionismus walten lässt. und ich könnte jetzt hier auch noch mal gucken und da auch noch mal so, wenn man die Zeit hat, fine, aber man merkt, ey, ich verschwende super viel Zeit, weil ich irgendwie so lauter Nebenaufgaben noch mache, dann kann es wirklich hilfreich sein, sich einen Timer zu setzen. Wenn man sagt, ganz realistisch betrachtet, sollte diese Sache eigentlich eine Stunde dauern, stellt euch einen Timer auf eine Stunde, legt das Handy zur Seite und konzentriert euch diese eine Stunde darauf, diese Aufgabe fertig zu kriegen. Es kann sein, dass ihr das super einschätzt und das sofort klappt. Es kann sein, dass ihr nach einer Stunde denkt, okay, krass, ich brauche auf jeden Fall noch eine Stunde. Dann ist das nicht schlimm. Seht das als Lernphase, um das wirklich auszutesten, wie lange brauche ich für Aufgaben. Denn je mehr ihr das macht, desto mehr kriegt ihr das Gefühl dafür, welche Aufgaben euch leicht von der Hand gehen und vielleicht wirklich nur eine halbe Stunde brauchen. Welche Aufgaben definitiv länger brauchen, welche Aufgaben vielleicht auch Unterstützung von anderen brauchen, welche Aufgaben definitiv nicht in einer halben Stunde machbar sind. Und am Ende, je mehr man das macht, desto besser kann man mit der Zeit einschätzen, wie man seinen Tag strukturieren kann. Schönes Beispiel an der Stelle, dass es ganz gut verdeutlicht ist, aufräumen. Natürlich kann man ein, zwei, drei Tage in seiner Wohnung aufräumen und tiefen Reinigung betreiben, das Sofa zur Seite rücken und unterm Sofa mal saugen und wischen, die Fenster mal putzen oder die Schränke mal durchsortieren oder den Fernseher vielleicht neu programmieren, auf dem Rechner mal so ein bisschen aufräumen oder man saugt durch, man wischt durch, man räumt alles oberflächlich weg, man wischt die Oberflächen ab und ist fertig. Das ist ein großer Unterschied. Und wenn ihr sagt, hey, ich will meine Wohnung sauber haben, ich habe jetzt eine halbe Stunde, halbe Stunde Timer und dann go for it. Es ist überraschend und die Leute von euch, die diese 10-Minuten-Geschichte mit morgens und abends aufräumen gemacht haben, werden das wissen. Es ist überraschend, wie viel man in 10 Minuten schafft und es ist auch überraschend, wie viel man in 30 Minuten schafft. Es braucht nicht immer einen ganzen Tag, um die ganze Bude aufzuräumen. Manchmal reichen auch kurze Timer-Sektionen, wenn man sagt, hey, halbe Stunde noch, bis ich los muss, um die Kinder abzuholen. Timer und auf geht's. Das ist was, was richtig gut motivieren kann, gerade die unter euch, die vielleicht auch so ein bisschen Richtung ADHS gehen. Ist auch so ein bisschen wie so ein Spielchen. Schaffe ich das? Kann ich mich selbst irgendwie überlisten? Bin ich schnell genug? Und es hilft wirklich auch, diese Timer-Situation zu nutzen, um mit der Zeit einfach besser einzuschätzen. Und wenn man den Punkt erreicht hat, dass man merkt, hey, ich stelle mir regelmäßig eine Aufgabe und stelle mir einen Timer dafür und ich bleibe immer innerhalb der Zeit, dann kann man sich wirklich auch nochmal weiter angucken, wie so Time-Blocking funktioniert und das dann auch benutzen, um den Tag ein bisschen zu strukturieren. Wie gesagt, auch Time-Blocking sehen viele immer so als, oh Gott, ich bin so eingequetscht, das ist irgendwie alles nur so krass nach Plan und ich habe keine Flexibilität mehr. Time-Blocking kann extrem flexibel sein, wenn man eben sieht, okay, ich habe jetzt was reinbekommen, was ich lieber machen will oder was eher wichtig ist oder, keine Ahnung, mich ruft eine Freundin am Samstag Nachmittag an und sagt, hey, ich will ein Eis essen gehen und ich weiß eigentlich, wollte ich XY machen. Dann sehe ich aber genau, es sind ja zweieinhalb Stunden, die das Ding bräuchte. Ich habe aber jetzt viel mehr Bock, mit meiner Freundin Eis essen, so gehen dann, schiebe ich die zweieinhalb Stunden auf Sonntag oder auf Montag, weil ich sehe, da habe ich auch noch Platz und es ist nicht immer so, dass Planung einen total einschränkt. Das kann man machen, man kann sich mit Planung total einschränken, wenn es einem gut tut, muss man aber nicht. Es kommt immer darauf an, was ihr draus macht. Planung ist immer, was ihr draus macht. Nicht nur Zeit, sondern Energiemanagement-Tipps wären mal cool. Hast du welche? Energiemanagement finde ich ein extrem spannendes Thema. Ich glaube auch, weil ich das ganz lange komplett ausgeblendet habe und einfach von mir erwartet habe, hey, du machst jetzt halt die Sachen, die auf der Liste stehen und go und wenn du es nicht schaffst, dann hast du ja scheiße geplant. Manchmal hängt das auch wirklich mit dem Energiemanagement zusammen. Für die und euch, die jetzt keinen Plan haben, worum es geht, es gibt ja einmal Zeitmanagement mit Zeit, die man planen kann, die man strukturieren kann und dann gibt es Energiemanagement und Energie kann man ja nicht wirklich richtig strukturieren. Die ist dynamisch. Die hängt davon ab, wie wir als Menschen funktionieren, ob wir eher Nachteulen sind oder frühe Vogel, Vögel, frühe Vögel, was? Jetzt bei Vögel muss jemand anderen denken. Grüße. Es hängt davon ab, wie es uns körperlich geht, wie es uns seelisch geht, wie sozial eingebunden wir sind, wie viel Schlaf wir kriegen, unser Alltag und so weiter und ich finde es schon sehr interessant, sich das auch mal anzugucken, um rauszukriegen, wann bin ich denn am produktivsten? Bin ich eher jemand, der frühmorgens produktiv ist oder bin ich jemand, der irgendwie erst ab abends richtig wach wird und produktiv ist? Das sind so Sachen, die man sich manchmal nicht erlaubt, wenn man denkt, naja, gesellschaftlich ist es natürlich viel besser, wenn man Frühaufsteher ist, aber am Ende ist es scheißegal, was die Gesellschaft sagt, es ist auch scheißegal, was irgendwie XY sagt, wenn man selber merkt, ey, ich bin irgendwie produktiver abends, dann ist das so. Und natürlich gibt es Situationen, wie im Arbeitsalltag, wo es nicht so leicht ist, darauf zu reagieren, aber zumindest zu wissen, wie man bestimmte Sachen strukturieren kann, ist schon ganz interessant. Inwieweit man das dann alles wirklich anwenden kann auf seinen Alltag, ist die andere Sache, aber man kann zumindest ein bisschen besser darauf reagieren und sich auch ein bisschen besser verstehen. Also das erste habe ich ja schon angesprochen, auf jeden Fall ganz gut, dann seinen Biorhythmus sich mal anzugucken, an welchen Tageszeiten fühlt man sich am produktivsten, wann ist man am wachsten, wann gehen einem Sachen leicht von der Hand. Solche Beobachtungen, die man so hat, auch wirklich mal sich aufzuschreiben, hilft total, weil man merkt so, boah, 16 Uhr und ich habe voll den Lauf, schreibt euch das auf, wenn das häufiger vorkommt, scheint es so zu sein, dass in eurem Alltag mit eurem Rhythmus, den ihr habt, 16 Uhr die Zeit ist, in die ihr richtig, richtig viel reinstecken könnt. Denn wenn man feststellt, in der Zeit bin ich mega produktiv, bin total wach, ich bin on top, das sind die Zeiten, wo ihr eure schwierigen Aufgaben reinlegen könntet, wenn es denn sich anbietet. Da könnt ihr Sachen machen, die wirklich schwer von der Hand gehen, die Konzentration brauchen, weil ihr da auch wirklich die Kapazitäten für habt. Aufgaben, die eher so easy peasy sind, so Fleißaufgaben, Sachen abspeichern oder deinen Rechner bereinigen oder E-Mails runterlöschen oder Sachen archivieren und so weiter, wo man wirklich einfach nur das machen muss als Fleißaufgabe, das kann man wunderbar auch in Zeiten machen, wo man nicht jedes kleine bisschen Gehirnkapazität aktivieren kann. Hilft total, seine Aufgaben auch entsprechend zu sortieren. Wie gesagt, das geht nicht immer, aber wenn man das kann und wenn man darum weiß, wie man funktioniert, kann das echt Tage unfassbar produktiv machen und man schafft in viel kürzerer Zeit viel mehr, wenn man eben sich anpasst an die eigene Leistungsfähigkeit. Ganz abgesehen davon, wenn man jetzt mal von Tageszeiten und so weiter weggeht, ist es aber auch total interessant, sich mal anzugucken, okay, welche Dinge in meinem Leben geben mir denn Energie und welche Dinge in meinem Leben nehmen mir Energie und so gucken, ob das ausgeglichen ist. Wenn man zum Beispiel sagt, okay, es nimmt mir wahnsinnig viel Energie, mit Menschen zu interagieren, mich zu unterhalten oder Telefonate zu führen, das ist was, was mich total stresst und danach bin ich wirklich auch komplett leer gesaugt. Achtet darauf, wie ihr damit umgeht mit der Information, wenn ihr wisst, ey, mein Tag ist richtig voll, ich habe tausend Sachen zu tun, mich stressen soziale Interaktionen, vielleicht ist es wirklich besser, an dem Tag das Schild im Büro ran zu hängen, bin beschäftigt oder das Handy in den Flugmodus zu packen, damit man sich da so ein bisschen schützt, inwieweit es auch immer funktioniert, vor den Dingen, die einem Energie klar. Und für mich sind definitiv Energiefresser Sachen, die mit Finanzen zu tun haben. Mich macht das Thema unsicher, mich stresst das. Wenn ich meine Steuerberaterin anrufen muss, die einfach der größte Schatz auf Erden ist, dann geht mir so die Pumpe, dass ich danach echt ein Schläfchen machen muss, weil ich richtig fertig bin. Das ist so Energierauben 1000 für mich. Andere wiederum sagen, das macht mir voll Spaß, ich habe da richtig einen Lauf, mir gefallen Zahlen, mir macht das total viel Spaß und ich ziehe da eher was draus für mich. Auch das sind Sachen, die man sich einfach mal angucken kann, damit man weiß, ey, wenn ich am Anfang des Tages mich mit meinem Energiefresser auseinandersetzen muss, muss ich mich nicht wundern, dass ich den Rest des Tages komplett durchhänge. Auf der anderen Seite kann man sich dann überlegen, okay, welche Dinge geben mir denn Energie? Vielleicht gibt es auch Leute unter euch, die sagen, ey, soziale Interaktionen sind das, was mir total viel Energie gibt, danach geht es mir richtig gut. Oder Bewegung, so Sporteinheiten tun mir total gut. Oder Spaziergänge im Wald oder, keine Ahnung, einen Kaffee zu trinken, irgendwo mich hinzusetzen und in Ruhe einen Kaffee zu trinken, damit ihr da sozusagen die Energiefressern, die wir alle im Alltag haben, Dinge gegenüber setzen könnt. Wenn ihr merkt, okay, ich habe so einen Punkt erreicht, das war zu viel, dass ihr wisst, wie ihr reagieren könnt. Ich bin jetzt komplett platt, weil ich diese Finanzscheiße machen musste. Ich rufe jetzt erstmal kurz eine Freundin an und quatsche eine halbe Stunde mit der, weil ich weiß, danach geht es mir besser. Dann bin ich wieder so ein bisschen aufgeladen. Es ist so hilfreich, diese Informationen zu haben, weil man da eben entsprechend auch besser mit sich umgehen kann. Ansonsten kann ich wirklich nur empfehlen, das ist jetzt meine Erkenntnis der letzten Tage, inwieweit ich sie die nächsten Tage auch umsetze, wenn wir sehen. Ich meine, ich drehe schon wieder mitten in der Nacht, aber Schlaf ist tatsächlich absolut unterschätzt. Ich habe das auch jetzt so im Austausch mit euch bei Instagram mitgekriegt, als ich gesagt habe, ey, ich habe neun Stunden geschlafen und ich habe so viel Energie wie noch nie in meinem Leben. Was ist los? Das unterschätzt man. Man denkt immer, naja, sechs Stunden reichen auch, fünf Stunden reichen auch und es gibt einfach Lebensabschnitte, da ist das so. Mit einem kleinen Kind muss man sich nicht wundern, dass man einfach ein Schlafdefizit hat. Das kann man auch schlecht ändern, aber es ist trotzdem ganz gut, sich vor Augen zu führen, wie viel mehr Energie man hat, wenn man ausreichend schläft, wie viel mehr Energie man hat, wenn man in Ruhe schlafen kann, wenn die Schlafqualität in Ordnung ist, wenn man eine gute Matratze hat, wenn man das Fenster aufmacht, wenn man frische Luft hat, weil die Temperatur stimmt. Und einfach die Gegebenheiten so schaffen, dass man zur Ruhe kommen kann und wirklich Kraft sammeln kann. Das klingt immer so ein bisschen wie, hey, wenn ihr gesund sein wollt, dann trinkt genug Wasser und schlaft genug, aber da ist was dran, Leute. Dieses ganze Blabla, was man regelmäßig hört, da ist echt was dran. Und wenn man das dann mal macht, um mal zu gucken, was passiert, ist man teilweise überrascht. Ich habe gerade neulich gelesen, dass Menschen, die menstruieren, gerade dann, wenn sie menstruieren, echt bis zu neun Stunden Schlaf brauchen, um sich gut zu fühlen, ausgeruht zu fühlen. Und ich sage mal so, ich kann das bestätigen. Und ich werde in Zukunft auf jeden Fall ein bisschen besser darauf aufpassen, dass ich genug Schlaf bekomme. Und natürlich, ich bin Nachtmensch, würde es mir passieren, dass es nicht immer funktioniert und dass ich natürlich auch wieder reinrutsche und dann mal mitten in der Nacht merke, oh, scheiße, ist 3 Uhr, ich muss jetzt vielleicht doch mal aufhören. Aber diesen Effekt zu spüren am eigenen Leib, wie viel energetischer ich bin, wie viel besser sich so ein Tag anfühlt mit mehr Schlaf, das hat schon echt ein bisschen auch bei mir Klick gemacht. Also gebe ich das einfach mal sehr weise an euch weiter und sage, ey Leute, schlafen ist eine gute Sache. Und was ich beim Thema Energiemanagement auf jeden Fall auch empfehlen kann, weil das auch für die allermeisten von uns ein riesen Energiefresser ist, ist Multitasking vermeiden. Multitasking ist so ein bisschen, Frauen können Multitasken, das ist totaler Schwachsinn, das Hirn kann nicht Multitasken. Wenn man mehrere Sachen gleichzeitig macht, springt der Kopf nur ständig von der einen zur anderen Aufgabe und es ist unsäglich ermüdend und es klaut so viel Kraft. Also wenn ihr es irgendwie vermeiden könnt, versucht nicht zu Multitasken. Wenn ihr unbedingt Multitasken müsst, weil einfach so viel los ist, versucht Aufgaben, die keine Gehirnleistung brauchen, wo man wirklich nicht groß nachdenken muss, zu kombinieren mit Aufgaben, die Gehirnleistung brauchen. Also in meinem Fall zum Beispiel, was ich sehr gerne mache, ist, wenn ich laufen gehe, höre ich zum Beispiel Podcast-Folgenkorrektur, weil ich sowieso gerne Podcast höre, während ich laufen gehe, weil ich brauche, dass mich irgendwann vollquatscht und ablenkt von dieser ganzen Situation und ich brauche nicht mein Hirn zum Laufen. Ich will einfach nur mich bewegen und meinen Rhythmus finden und den durchziehen und je weniger mein Hirn sich beim Laufen befindet, desto besser geht es mir eigentlich dabei und von daher hilft mir das total, ganz persönliche, individuelle Situationen, dabei Podcasts zu hören und dann kann ich natürlich wunderbar auch Sachenkorrektur hören. Und das ist tatsächlich ganz geil, wenn man so eine Sachen kombinieren kann, super, ansonsten, wenn ihr könnt, versucht Multitasking zu vermeiden. Und eine andere Sache, die auf jeden Fall auch dafür sorgt, dass man weniger Energie verliert im Laufe des Tages, ist, funktionierende Routinen zu haben. Unser Hirn braucht weniger Energie für Dinge, die es schon kennt, die vertraut sind, die man so abspult, über die man nicht mehr groß nachdenkt, wo man keinen Impuls braucht. Ach ja, jetzt mache ich das, jetzt mache ich das. Gerade auch, wenn man an so eine Morgenroutine denkt zum Beispiel und ich rede jetzt nicht von so zwölf Steps Morgenroutinen, sondern auch wirklich realistische Sachen, die man in seinen eigenen Alltag unterbringen kann mit so Kleinigkeiten wie ich stehe zehn Minuten vor den Kindern auf, mache mir einen Kaffee und atme kurz durch und dann fange ich an, die Sachen abzuarbeiten. Wenn man immer die gleichen Steps hat und immer die gleichen kleinen Inseln schafft in seinen Routinen, dann ist das extrem energiesparend, weil man nur noch abspult und das funktioniert sehr gut. Für mich vor allem für die Abendroutine total wichtig, gerade jetzt, wo ich versuche, so ein bisschen mehr auf Schlaf zu achten, dass ich ganz klar mache, okay, das kommt dann und das kommt dann, dadurch mein Hirn auch schon weiß, okay, jetzt so langsam fahren wir runter, jetzt räumst du dir noch zehn Minuten auf, dann putzt du zehn und dann gehst du ins Bett. Das ist extrem hilfreich, gerade wenn man merkt, ich bin immer so erschöpft, was mir Energie einspart, das könnt ihr auf jeden Fall machen. Gibt es einen Kalender mit Wochen, Monats und Tagesübersichten? Ja, den gibt es bei uns und zwar ist das der Experte. Da habt ihr ganz klassisch eine Monatsübersicht drin, ihr habt auch eine Jahresübersicht drin und ihr habt dann für eure tägliche Planung sozusagen einmal eine Wochenübersicht und dann eben auch Tagesübersichten. Also wenn du sowas suchst, weil du sehr viel zu planen hast, auf jeden Fall mal den Experten angucken. Ich verlinke auch gerne nochmal für all die Fragen, die zu dem Thema Kalender kamen, welcher Kalender eigentlich was hat und so weiter, das Video zum Thema Kalender hier. Da erkläre ich jeden einzelnen Kalender, der bei uns im Sortiment ist und erkläre auch die Vorteile der einzelnen Kalender. Es gibt so kleine Empfehlungen, für wen die vielleicht sinnvoll sein könnten und ihr könnt euch wirklich so ein bisschen sozusagen beraten lassen. Also guckt da gerne mal vorbei, wenn euch das interessiert. Zeitmanagement mit Säuglingen, geht das überhaupt? Ich muss ein bisschen schmunzeln bei der Frage, weil es auf jeden Fall eine gewesen wäre, die ich auch so gestellt hätte. Das ist, glaube ich, schwierig, wenn man ein sehr produktiver Mensch ist und dann plötzlich Eltern wird, sich wieder anzupassen an diese neue Situation, zu gucken, okay, wie funktioniert das hier und so weiter. Ich persönlich habe es gehasst, wenn man mir gesagt hat, du, erstmal ist Planung gar nicht, erstmal ist nur eine Routine finden. Das habe ich gehasst, weil es mir das Gefühl gegeben hat, ich kann nichts ändern in der Situation, ich stecke jetzt hier fest, ich muss es einfach ertragen, ich weiß jetzt gar nicht so genau, wo ich jetzt meinen Ansatzpunkt wieder finde und im Grunde sagst du mir, ich darf nicht weitersuchen nach einem neuen Faden sozusagen. Ein Stück weit stimmt das für so ein paar Wochen, ist es, glaube ich, wichtig, dass man so gut man irgendwie kann, je nachdem wie man strukturiert ist, fällt einem es leichter oder nicht, aber so gut man kann, ein bisschen loslässt, den alten Alltag loslässt und sagt, das ist jetzt gerade nicht mehr mein Leben, mein Leben hat sich verändert, das ist ein kleiner Mensch und dieser kleine Mensch ist jetzt im Mittelpunkt meines Lebens und alles muss sich darum drehen, damit dieser kleine Mensch einfach ein glücklicher kleiner Mensch ist. Und es ist auch wunderschön, aber es ist natürlich auch herausfordernd, gerade für die unter uns, die eigentlich anderes gewöhnt sind. Was ich jemandem sagen würde, wäre definitiv nicht, ey, du hast jetzt eben keine Planung mehr, du hast eben keine Orga mehr, das ist jetzt eben weg, weil es manchmal eben auch was ist, was uns sehr ausmachen kann. Ich würde eher sagen, natürlich ist Planung möglich, aber du musst auf jeden Fall extrem flexibel sein und du musst sehr, sehr gütig mit dir sein. Es ist nicht mehr so, dass man lange Listen schreiben kann, die man an einem Tag wegrockt und sagt, ich mach das jetzt, go, go, go. Man hat dann manchmal so die Illusion, dass, naja, das Kind schläft zwei Stunden, cool, dann kann ich in den zwei Stunden diese acht Sachen machen und dann schläft das Kind aber nur eine halbe Stunde und hat Bauchweh und dann stehst du da und bist frustriert. Das funktioniert so nicht mehr. Ich würde an der Stelle empfehlen, keine Tagestodolisten mehr zu machen, sondern vielleicht eher Wochen-Todolisten, dass man sagt, die drei Sachen würde ich diese Woche einfach gerne umsetzen und sich dann eben entsprechend auch darauf konzentrieren, wenn man freie Zeit hat, weil das Kind gerade schläft oder der Partner, die Partnerin da ist oder es vielleicht auch mal Oma und Opa gibt, die aufpassen können, dass man in der Zeit die Zeit nutzen kann, aber je nachdem, wie lange die Geburt her ist, auf jeden Fall nicht vergessen darf, dass man ein Kind zur Welt gebracht hat und dass der Körper diese krasse Leistung in einem Monat gebracht hat und dass es extrem wichtig ist, auch für die Produktivität, dann wieder, wenn das Kind ein bisschen größer ist, dass wir gut zu unseren Körpern sind und dass wir uns bedanken dafür, was wir gemacht haben und das tun wir, indem wir sie einfach gut behandeln, genug essen, genug trinken und eben auch mal, wenn das Kind schläft, nicht produktiv sind, sondern schlafen, weil Schlaf, wie gesagt, habe ich gerade lange ausgeführt, extrem wichtig ist auch für den Kopf und fürs Regenerieren gerade vom Kopf. Also würde ich wirklich empfehlen, kurze, flexible To-Do-Listen und, was mir auch extrem geholfen hat, weil ich auch ein absolutes Puzzle-Gehirn hatte zu der Zeit, wirklich Erinnerungen ins Handy zu machen, wenn es Sachen gab, die einen bestimmten Tag passieren mussten, weil jemand Geburtstag hatte oder weil ich irgendwen anrufen musste oder weil ich einen Termin machen musste oder weil es auch einen Termin gab, habe ich mir wirklich Erinnerungen für alles gemacht. Wenn ich einen Frauentermin am Nachmittag hatte, habe ich mir morgens die Erinnerung gesetzt, ich habe sie mir mittags gesetzt und ich habe sie mir eine Stunde gesetzt, bevor ich da hin musste und nochmal eine, wenn ich los musste, war ich wirklich so neben der Spur war sehr, sehr lange und das ist was, was einem wirklich den Arsch rettet, weil es so ein bisschen so ein kleines Gerät ist, was wie so ein kleiner, ein kleiner Mensch da sitzt und sagt, du, denkst du dran? Achtung, übrigens, denkst du dran? Ich habe so oder so ähnlich aber auch ganz viele Sachen gelesen mit Leuten, die geschrieben haben, ja, ich habe jetzt ein Kind und Kind ist vielleicht auch schon drei oder vier und ich finde keine Me-Time oder ich finde keine Zeit für meine To-Do-Liste und so weiter und das ist leider, leider immer noch Realität für viele Menschen, die Kinder gebären können, dass die Partner, Partnerinnen sich da teilweise sehr rausziehen und an der Stelle kann ich nur empfehlen, wenn ihr merkt, ich möchte gerne wieder so ein bisschen produktiver sein, ich brauche Zeitfenster für Me-Time, ich brauche Zeitfenster für ein Hobby, weil ich sonst wahnsinnig werde oder auch, weil ich einfach verdammter Axt ein Mensch bin und mir das zusteht, diese Dinge zu haben, nehmt Hilfe an, bittet auch um Hilfe und das habe ich viel zu wenig gemacht und ich glaube auch, dass es mir nicht so lange so schlecht gegangen wäre, hätte ich noch mehr um Hilfe gebeten. Das kann natürlich von mir sein, ey Mama, Papa, passt auf, ich würde mittwochs total gerne abends zum Salsa-Kurs gehen, könntet ihr euch vorstellen, Mittwochabends das Kind zu nehmen oder auch, hey Partner, Partnerin, ich möchte mich am Samstagabend gerne mit meinen Freundinnen treffen, ist es für dich okay, wenn du am Samstagabend das Kind nimmst oder hast du Pläne oder wollen wir irgendwie tauschen? Kommuniziert. Ganz oft kommunizieren wir eben nicht, weil wir das Gefühl haben, wir sind nur eine gute Mutter oder eine gute Elternperson, wenn wir uns aufopfern, wenn wir all das aufgeben, wenn wir einen Teil von uns auch einfach über den Jordan gehen lassen, nur dann sind wir eine gute Mutter, aber ich glaube, dass das der falsche Weg ist. Ich glaube, das ist das, was uns suggeriert wurde, damit wir eben einfach gut in diese Gesellschaft passen und unseren Job machen, aber ich glaube, dass unsere Kinder viel mehr davon profitieren, wenn sie sehen, dass die Eltern einfach weiterhin sie selbst bleiben und ich meine jetzt nicht um jeden Preis, natürlich macht man Abstriche, das ist ganz klar, man kümmert sich ja auch um einen kleinen Menschen, der Hilfe braucht, aber nicht bis zum Get-No. Es ist okay, Me-Time zu brauchen, es ist okay, ein Hobby machen zu wollen, es ist auch okay, produktiv sein zu wollen. Und wenn du merkst, ich bin jetzt irgendwie, keine Ahnung, den vierten Monat zu Hause, das ist auch alles schön und so, aber ich brauche wirklich mal wieder einen halben Tag, an dem ich das Gefühl habe, ich habe was Produktives getan. Ich mache mir jetzt eine Liste mit vier Sachen, die ich in der Stadt erledigen will und dann informiere ich irgendjemanden, der mich da bitte unterstützt und dann gehe ich los und mache diese Sachen. Wie gesagt, auch da wieder, ich weiß, dass es Menschen da draußen gibt, die haben diese Unterstützung nicht. An der Stelle immer, immer, immer der Hinweis, wenn ihr jemand seid, der die Kapazitäten habt und ihr kennt Mamas, die zum Beispiel alleine sind, alleinerziehende Eltern generell, bietet immer mal wieder auch Hilfe an. Diese Menschen brauchen das so dringend, mal jemanden, der sagt, ey, ich kann dein Kind von der Kita mit abholen, dann kannst du durchatmen. Sowas zu haben, ist extrem wichtig. Das nochmal so am Rande, aber ganz abgesehen davon, wenn Partnerpersonen bestehen, nutzt die, kommuniziert, es macht euch nicht zu schlechten Eltern, ganz im Gegenteil. Es ist total wichtig, dass jeder in der Familie seine Bedürfnisse hat und dass die auch gesehen werden und dass die auch bedacht werden. Jeder. Was würdest du jemandem raten, der den Schritt in die Selbstständigkeit wagen will? First Steps. Das finde ich super schwierig, das so ganz allgemein zu beantworten, aber ich versuche es einfach mal und ich versuche es mal auf drei Schritte runterzubrechen, die ich jetzt so am wichtigsten finden würde. Schritt 1 ist für mich ganz klar zu definieren, was ist denn das, was ich in meiner Selbstständigkeit sozusagen anbieten möchte. Was ist mein Produkt? Was ist meine Dienstleistung? Was ist das, was sozusagen anderen helfen soll? Dann zu überlegen, was ist denn so meine Zielgruppe und ist das, was ich da anbiete, wirklich etwas, was ein Problem meiner Zielgruppe löst? Ist das was, was Leute wirklich gebrauchen können oder gibt es das schon so oft, dass ich nur einer von vielen bin? Wenn ich eine von vielen bin, was macht mich denn besonders? Warum sollte man denn bei mir sozusagen sich die Dienstleistung holen oder das Produkt kaufen? Warum nicht bei XYZ? Je nachdem, in welchem Bereich man sich selbstständig machen will, ist es auch ganz hilfreich, sich sozusagen auch mal die Konkurrenz anzugucken. Ich sage das immer so ein bisschen relativ, weil ich glaube, Konkurrenz klingt immer so ein bisschen negativ konnotiert, aber Konkurrenz kann auch was ganz Großartiges sein. Egal. Sich einfach mal anzugucken, was machen andere. Beispielsweise, man will gerne einen Gassi-Service machen. Und man ist jetzt nicht ganz sicher, so, okay, was nimmt man denn da pro Stunde? Wie viele Hunde kann man denn da so gleichzeitig Gassi führen? Wie machen andere das denn? Wirklich mal zu gucken, Gassi-Service einzugeben in der eigenen Stadt und zu gucken, was bieten andere für Leistungen an? Sind das Sachen, die ich mir auch vorstellen könnte oder fallen mir vielleicht noch ganz andere Sachen ein? Da auch mal zu gucken, was nehmen die denn so für ihre Leistungen? Ist das was, was ich mir auch vorstellen kann? Oder wenn ich mir das so angucke und ich rechne mir das dann durch, ergibt das finanziell für mich überhaupt Sinn? Solche Sachen sich wirklich mal anzugucken, auch wenn man gerne von so einer schönen Idee, die man hat und so einer Vision, die man hat, die auch super wichtig ist, aber manchmal hat man Angst, darüber weiter nachzudenken, weil es sein kann, dass man eben dazu kommt, dass man sagt, oh, es gibt das schon so oft und eigentlich habe ich kein Alleinstellungsmerkmal. Das ist aber wichtig, bevor man in Selbstständigkeit geht, dass man sich diese Fragen stellt und die auch beantworten kann. Denn wenn ihr das macht und ihr stellt an der Stelle fest, scheiße, nee, eigentlich kann ich mir das klemmen, das gibt es schon so oft oder es lohnt sich nicht oder wie auch immer, dann spart ihr an der Stelle sehr viel Zeit und Nerven und könnt lieber über ein anderes Produkt oder eine andere Dienstleistung nachdenken, als in was reinzurennen, weil ihr es unbedingt machen wollt, um dann festzustellen, scheiße, ich habe jetzt ganz viel Geld verbrannt. Apropos Geld, das ist Punkt Nummer zwei, ihr braucht in jedem Fall einen Finanzplan, den könnt ihr alleine erstellen, ihr könnt euch aber auch Hilfe suchen von Leuten, die gut mit Zahlen umgehen können und da so ein bisschen mit denen zusammen zu überlegen, okay, was braucht man denn alles, was wäre denn das, was ich sozusagen bräuchte, um überhaupt anzufangen. Ich würde auf jeden Fall empfehlen, sich ganz doll festzulegen, was ist denn das Kapital, was ich nutzen möchte, um diese Selbstständigkeit auszuprobieren. Was ich ganz oft gesehen habe, ist, dass Leute ein Startkapital haben, weil sie vielleicht was angespart haben oder vielleicht haben sie auch was geborgt bei den Eltern oder so, starten so ein Business und stellen dann fest, ah, fuck, es läuft jetzt gar nicht so gut, naja, ich mache das jetzt noch einen Monat, ich lasse doch nicht los, ich mache das noch einen Monat und so, weil man auch nicht zu früh aufgeben will. Ich glaube aber, dass man sich da sehr schnell verrennen kann und da hat man dann so Situationen, dass man plötzlich in so einer Insolvent sitzt und denkt, scheiße. Viel besser, finde ich, ist zu sagen, okay, ich möchte gar nicht diese Selbstständigkeit probieren, man weiß nie, ob es funktioniert, man kann nur sein Bestes geben und hoffen, dass man fliegen kann. Was ist denn die Menge an Geld, die für mich okay wäre, zu verlieren? Weißt du, was ich meine? Nicht zu denken, okay, wie viel will ich wann, wie wo eingeben, sondern was ist erstmal das, was ich einsetze, um zu gucken, ob das Ganze funktioniert, um einfach zu wissen, wo der Endpunkt ist. Wenn ihr sagt, okay, ich probiere das jetzt, ich habe diese 30.000 Euro hier liegen, damit mache ich das jetzt, damit sollte ich ein Jahr klarkommen, das ist mein Zeitfenster, in dem ich das auf die Beine stellen muss, danach muss ich grüne Zahlen schreiben. Wenn ich das bis dahin nicht geschafft habe, muss ich mir eingestehen, dass es nicht geklappt hat. Das hilft, dass man nicht in dieses verzweifelte, weiter daran festhalten rutscht, sondern dass man dann auch ziemlich schnell feststellt, okay, meistens ja schon in einem halben Jahr, das wird hier nichts, ich muss das nochmal anders angehen und auch dieses Zeitfenster zu haben, ist natürlich auch ein riesengroßes Motivationsding, um sich wirklich festzubeißen und das zu tun, was man am Anfang von der Selbstständigkeit machen muss, Kopf runter und erstmal nur durchziehen. Ganz wichtig natürlich auch, absolut die Kosten im Blick behalten, auch das immer wieder einkalkulieren, manchmal hat man so kleine Ideen davon, wie viel Kosten man wohl haben könnte und wenn man dann in der Realität steht, merkt man, oh, das sind ganz andere Kosten, dass man das auch im Blick hat und nicht so, naja, wird schon und ach, wir holen da schon wieder rein, sondern dass man das wirklich bewusst macht, klug macht, auch wenn man manchmal gerne dann unter die Bettecke will und sagen will, ich sehe das alles nicht, es ist wichtig hinzugucken, es ist wichtig, sich einen Plan zu machen und auch zu wissen, wann man aufhören muss, genauso wie man wissen muss, wann man weiterweisen muss. Der dritte Punkt wäre für mich, das fasse ich jetzt einfach mal knallert zusammen, Netzwerke und auch so rechtlicher Rahmen. Mit rechtlichem Rahmen meine ich zum Beispiel diese ganzen Steuerfragen, muss ich ein Gewerbe anmelden, bin ich freiberuflich, ab wann muss ich irgendwie eine GmbH gründen, wie macht man das, brauche ich einen Steuerberater, würde ich persönlich immer empfehlen, das Geld zu investieren in einen Steuerberater, Steuerberaterin. Das ist ein bisschen wie ein Joker haben, sage ich euch. Sich darüber Gedanken zu machen, wer wäre das, haben die die Expertise für den Bereich, in den ich gehen will und so weiter und dann wirklich auch sich ein Netzwerk aufzubauen mit Leuten, die vielleicht in einem ähnlichen Bereich sind, um sich auszutauschen, zu sagen, hey, ich habe da so eine Idee, wie wäre es, willst du dir vielleicht mal das angucken, kann ich dich vielleicht mit irgendwas unterstützen, dass man da lernt, wer sozusagen im gleichen Aquarium mit einem schwimmt. Wer ist da noch so, wie sind die so drauf, gibt es Leute, mit denen ich vielleicht klicke. Das habe ich ja auch immer wieder in meinem Job jetzt, wenn ich so an diese Influencer-Geschichten denke, es gibt einfach auch bei den Influencern so viele Leute, mit denen ich total klicke, mit denen dieser Austausch total wertvoll ist, ohne dass man auf Zahlen guckt und sagt, okay, du hast mehr oder weniger als ich, also rede ich nicht mit dir, ich rede mit dir, sondern dass man sich wirklich austauscht, wie ist das gerade bei dir und ich struggle gerade damit, dass man sich zusammen hinsetzt und Pläne macht und so weiter und das ist schon echt sehr, sehr hilfreich, gerade wenn man startet und gerade so im ersten Jahr noch unsicher ist mit bestimmten Dingen, dass man weiß, man kann Leute fragen, man hat so ein bisschen Möglichkeiten, um sich abzusichern an vielen Stellen und man kriegt vielleicht auch noch den einen oder anderen guten Tipp. Und für mich gehört in den Punkt auch noch so ein bisschen die Marketingstrategie rein. Ihr braucht in jedem Fall Marketing, klar, dass ich das sage, aber es ist natürlich wichtig, wenn ihr eine gute Leistung habt, ein gutes Produkt zu überlegen, wie kriegen Leute denn mit, dass ihr das habt? Und ich rede jetzt nicht nur von Plakaten und Flyern, sondern wirklich auch zu überlegen, wie kann man denn Leute auf euch aufmerksam machen? Das hängt natürlich immer davon ab, was ihr anbietet oder was ihr machen wollt, aber grundsätzlich ist das was, was man auf gar keinen Fall außer Acht lassen sollte, gerade fürs erste Jahr, dass man da ordentlich die Werbetrommel rührt, ordentlich klar macht, das bin ich, das ist, was ich anbiete und es ist geil, weil, damit Leute wissen, wo ihr zu finden seid. Haushalt organisieren mit Kleinkind, das permanent beschäftigt werden möchte. Ich weiß nicht, ob meine Meinung dazu vielleicht den einen oder anderen etwas irritiert, aber meiner Erfahrung nach und das ist ja auch nur meine Erfahrung als Mama mit meinem Kind, ich bin keine Expertin für Mutterschaft, auf keinen Fall, aber für uns war es so, dass für Wimmi es einfach keinen Unterschied gab zwischen Dinge im Haushalt tun, ich rede jetzt nicht von Kinderarbeit, sondern einfach von Dingen, die ich im Haushalt gemacht habe und spielen. Für ihn war es total egal, ob wir uns hingesetzt haben und mit Legosteinen was gebaut haben oder ob wir in die Spülmaschine was gebaut haben, weil wir da die Gabeln reingelegt haben oder die Löffel oder die Pfannenwänder und so weiter und ich habe einfach versucht, so gut ich konnte, ihn einzubinden in den Haushalt, die Waschmaschine aufzumachen und ihn die Sachen in die Waschmaschine reinräumen zu lassen oder auf den Knopf drücken zu lassen. Wenn ich gesaugt habe, dann hat er am Anfang gerne auf dem Staubsauger gesessen, den ich dann mit ihm rumgezogen habe und so weiter und das war cool, es hat ihm Spaß gemacht. Das klappt natürlich nicht für alle Aufgaben, bestimmte Aufgaben muss man einfach auch ohne Kind machen können, auch an der Stelle wieder, bindet die Menschen in eurem Umfeld ein, it takes a village, it really does, aber grundsätzlich glaube ich nicht, dass man da so eine harte Grenze ziehen sollte zwischen wir spielen jetzt und das ist deine Qualitätszeit und das ist mein Haushalt, den muss ich irgendwie irgendwie nebenbei machen. Ich glaube, es hilft Kindern definitiv, eingebunden zu sein in das Ganze und ich merke das jetzt auch an meinem Kind, dass es für ihn selbstverständlich ist, dass er in seinem Rahmen, in ganz kleinen Schritten, aber schon seinen kleinen Anteil macht, indem er zum Beispiel seinen Teller alleine wegräumt oder eben, keine Ahnung, mich an so bestimmte Sachen ändert, Mami, wir müssen noch an den Müll denken, einfach so Kleinigkeiten, ich kann es jetzt gar nicht alles so aufziehen, wir haben auch schon Wäsche zusammengelegt zusammen, auch das ist total süß und es war auch Qualitätszeit, also ich persönlich mache da nicht so einen großen Unterschied und für uns war das auch genau richtig. Ist nicht jedes Kind so, für uns stimmt es aber auf jeden Fall. Wie gehst du mit Ungeplantem um, zum Beispiel Kind krank, wie Liegen gebliebenes aufholen? Jedes Elterngeteil kennt genau die Situation, man hat alles total gut geplant, die ganze Woche steht, alles supi und dann ruft Montagmittag die Kita an und sagt, blöd gelaufen, Magen, Darm und dann steht man erst mal da und denkt, ja scheiße und nun? Das ist ein sehr, sehr unangenehmes Gefühl, gerade wenn man Verantwortung trägt, gerade wenn es Deadlines gibt und so weiter, ich verstehe das total, aber das kann eben immer passieren. Das ist normal, dass Kinder krank werden und in dem Fall auch nichts, was man irgendwie großartig vorbeugen kann. Ich versuche an den Stellen einfach vor allem erst mal Prioritäten zu setzen, die wichtigsten Sachen zu organisieren. Klar, das allererste, das allerwichtigste ist immer, mein Schatz und Kind nach Hause holen, eine Situation schaffen, in dem es ihm gut geht, mit dem er so ein bisschen eingekuschelt ist, Medikamente hat und ich erst mal so das Akuteste so weit auf die Kette kriege, bis er sich beruhigt und schläft und sich vielleicht ein bisschen ausruht oder sich irgendwas anguckt oder wie auch immer. Dass ich einfach erst mal sozusagen die Situation beruhige und er in den schönen Kuschelzustand kommt, sage ich immer. Und dann kümmere ich mich wirklich um die Sachen, die arbeitstechnisch die höchsten Prioritäten haben. Ich gucke mir an, welche Sachen kann ich verschieben, welche Sachen kann ich auf gar keinen Fall verschieben, was muss ich auf jeden Fall diese Woche machen. Sagen wir mal, es ist wirklich Montag und Magen-Darm ist also klar, das Kind geht die restliche Woche wahrscheinlich nicht mehr in die Kita. Was tue ich jetzt? Zu sagen, okay, Montage brauche ich mich auf jeden Fall. Der ist total unfit, dem geht es überhaupt nicht gut. Dienstag brauche ich mich vielleicht auch noch den ganzen Tag, weil es ihm einfach wirklich nicht gut geht. Mittwoch wird vielleicht schon mal so ein bisschen besser. Da könnte ich mir vorstellen, dass vielleicht jemand die Nachmittagsbetreuung übernimmt und ich dann vielleicht zwei, drei Stunden da was Wichtiges abarbeiten kann. Das zu kommunizieren dann mit den Leuten, die vielleicht darauf warten. Sagen, Kind ist krank, ich habe Mittwochnachmittag aber einen kleinen Zeitfenster, da passt die Oma zum Beispiel auf oder der Opa passt auf und ich kann in der Zeit was machen und kann sie dann Mittwochabend schicken, wenn er kurz im Bett ist, kann ich das kurz fertig machen und dann schicke ich dir das, was du Donnerstag früh auf dem Tisch hast. Einfach erstmal so die großen Brände zu löschen. Wenn es irgendwie möglich ist, natürlich auch Aufgaben delegieren und sagen, kannst du das übernehmen. Solche Sachen sind auch total okay, sowohl im Arbeitsfeld als auch natürlich was so Haushalt und Co. angeht. Ich meine, es ist unser großes Glück, das kann ich auch wirklich nur jedem empfehlen, der Kinder hat, baut euch ein Netzwerk auf. Ich habe so ein tolles Mama-Netzwerk, ich kann es nicht anders sagen, wir sind einfach so eine Truppe Löwinnen, wir unterstützen uns mit allem. Wenn irgendjemand schreibt, ey, die Kinder sind krank, ist 100% in den nächsten 10 Minuten irgendjemand da, der sagt, was brauchst du, soll ich einkaufen? Auch das ist total hilfreich, da zu sagen, kann vielleicht jemand mir irgendwie Brot und Kartoffeln bringen und vielleicht ein bisschen Ketchup oder so, dass man sich da erst mal so ein bisschen retten kann. Auch das ist keine Schande, im Gegenteil, wenn man sich das so mit der Zeit aufbaut, dann ist es auch ein schönes Gefühl, wenn man dann selber merkt, okay, das ist jemand krank, ich kann helfen, ich kann das wieder zurückgeben, dass man wirklich das Gefühl von so einer Einheit bekommt und von einem Team und das ist bei uns wirklich großartig. Top-Empfehlung an der Stelle. Grüße gehen raus an meine Schatzis. Natürlich kann man auch den Tagesplan so ein bisschen anpassen. Kindkrank kann heißen, dass das Kind den ganzen Tag intensive Betreuung braucht. Kindkrank kann aber auch heißen, dass es phasenweise Betreuung braucht und phasenweise eigentlich nur da liegt und schläft, was ja auch so das Beste ist, was man machen kann. Teilweise aber auch vielleicht irgendwas guckt und sich ein bisschen unterhalten will, dass man da auch so ein bisschen versucht, flexibel zu bleiben. Da würde ich wirklich auch wieder zurückgehen zu keiner Tagesto-Do-Liste mehr, sondern wirklich versuchen, das so ein bisschen lockerer zu sehen. Klar, wenn er jetzt überraschend drei Stunden schläft, kann ich in der Zeit natürlich was machen, kann aber sein, dass er nach 10 Minuten wieder wach wird und was braucht. Also da wirklich versuchen, so flexibel zu sein, wie man irgendwie sein kann. Was da manchmal hilft, wenn man auch so Kalenderplanungsmensch ist, ist sich so kleine Klebezettel zu machen, die fünf Aufgaben, die in der Woche gemacht werden müssen, zu nehmen und erst mal dahin zu kleben an den Tag, an dem man glaubt, dass man sie machen kann. Und wenn es ein Klebezettel ist, eben nicht wütend zu sein, Scheiße hat nicht geklappt, weil er ist jetzt doch früher wach oder er brauchte mich mehr, als ich dachte, das nehmen zu können und an den nächsten Tag zu kleben und sich eher dann auf die Situation einlassen zu können, mein Kind ist krank und es braucht mich jetzt und nicht den Druck im Hinterkopf zu haben beziehungsweise nicht so krass den Druck im Hinterkopf zu haben. Für mich ist in der Situation auch immer super, super wichtig, meinen Stress zu reduzieren, der vor allem dann kommt, und das werden wahrscheinlich ganz viele von euch kennen, wenn mein Kind krank ist und ich diesen Zwiespalt spüre. Kennt ihr das? So einerseits das Gefühl, alles, was ich jetzt gerade will, ist ihn in den Arm nehmen und ihn beruhigen und für ihn da sein und ihn gesund pflegen und selbst wenn er schläft, ihn dabei anzugucken, falls er irgendwie komisch atmet und ein anderer Teil von mir, der muss aber auch funktionieren, da gibt es Leute, die warten auf Dinge, ich spüre den Druck, weil ich auch niemandem irgendwie zur Last fallen will und so weiter. Das ist so schwer auszuhalten, das macht bei mir immer ganz viel Stress, weshalb ich das inzwischen auch versuche, an allererster Stelle für mich dann zu reduzieren und mich immer wieder daran zu ändern, die Situation ist, wie sie ist, ich kann sie nicht ändern, ich kann natürlich Zeiten nutzen, die ich jetzt hier bekomme, aber ich kann nicht so leisten, wie ich das normalerweise tun würde, wenn mein Kind nicht krank wäre. Klar, an der Stelle spreche ich jetzt immer aus meiner Perspektive, wenn Partner, Partnerin dabei sind, natürlich die einbinden und besprechen, heute mache ich, morgen machst du, das kann man natürlich auch machen, aber ich rede jetzt eben aus der Perspektive von jemandem, der an der Stelle jetzt erstmal alleine für die Betreuung zuständig ist. Das ist auf jeden Fall was, was mir total hilft, dann so ein bisschen den Druck rauszunehmen und zu sagen, ich operiere nicht am offenen Herzen, ich mache jetzt das, was ich machen kann und alles Weitere mache ich dann, wenn ich wieder auf Arbeit bin. Es hat auch definitiv geholfen, ganz offen zu kommunizieren, auch an der Stelle so mit dem nächsten Arbeitsumfeld, was ich jetzt habe, ganz klar zu kommunizieren und zu sagen, Leute, wenn mein Kind krank ist, ist das für mich extrem schwierig, weil ich natürlich weiterhin leisten will. Es ist ganz wichtig für mich, dass ihr mir den Rücken frei haltet und bestimmte Sachen dann für mich delegiert und ich gebe wirklich dann an der Stelle mein Bestes, ich liege hier nicht und lege die Beine hoch, ich weiß, dass ihr auf Dinge wartet und was ich tun kann, mache ich, schreibt mir die Sachen, die am allerwichtigsten sind, die am meisten brennen, das kriege ich irgendwie unter, ja, bitte, bitte, macht mir keinen Druck. Wenn andere vielleicht sagen, okay, ja, nee, ich bin da auch immer dann sehr, ich lasse mich dann total auf die Situation ein, ich habe eher das Problem, dass ich dann total Schwierigkeiten habe, überhaupt noch etwas Produktives zu machen, vielleicht wäre es dann für euch dann sinnvoll zu sagen, wenn jetzt mein Kind krank ist, lasst mich mal einen Tag in Ruhe, aber an Tag zwei könnt ihr schon mal sagen, hey, komm, die drei Sachen sind wichtig, dass ich das einfach auf dem Schirm habe. Da muss man eben auch wieder gucken, wie man gestrickt ist und wie man drauf ist, aber für mich ist es total hilfreich gewesen, dass mein nächstes Arbeitsumfeld darüber weiß und ich dann eher so Nachrichten kriege, wie Ella, ich habe mich darum gekümmert, das musst du nicht mehr machen, ruhe dich aus, mach das mit Vimmi, ihr kriegt das schon, ich merke mich morgen wieder. Auch da ganz offen kommunizieren, was man braucht, was sinnvoll ist, was man leisten kann, was eben auch einfach nicht geht. Klare Grenzen ziehen, auch im Arbeitsleben. Eine Freundin von mir hat das auch eigentlich ganz geil gelöst, jetzt ihr am Chef gesagt, pass mal auf, ich weiß, dass ich eigentlich feste Arbeitszeiten habe, aber ich sage dir jetzt schon, von 9 bis 16 Uhr werde ich nichts tun können, weil mein Kind wach ist und mich braucht, der ist krank, aber die drei Sachen, die wichtig sind für den Tag, kann ich nach 19 Uhr machen. Mein Mann kommt 18.30 Uhr, wir machen eine kleine Übergabe, der bringt den Kurzen ins Bett und dann kann ich mich um die Sachen kümmern und ich kann dir die drei Stunden am Tag geben, das heißt, ich bin zwar nicht auf Arbeit, aber die drei Aufgaben, die du mir gibst, kriege ich auf jeden Fall hin, dann um die abends zu machen und das war Bombe. Der Chef war happy, weil er gemerkt hat, okay, sie zieht sich nicht komplett raus, sie war happy, weil sie auch gerne produktiv sein wollte und wusste, im Team warten Leute auf sie und zwar für alle eine gute Situation. Die Situation kannst du genauso nehmen, auf eine andere Person packen und die sagt, um Gottes Willen, ich hoffe, ihr wisst, was ich meine, aber man findet eigentlich da auch in solchen Arbeitsverhältnissen, wenn es gut läuft, Lösungen, um das entsprechend zu kommunizieren und da Wege zu finden, was man tun kann in den Situationen und das kann ich nur immer wieder empfehlen. Wenn ich dann wieder zurück auf Arbeit bin, weil wenn mir wieder gesund ist oder die Woche neu startet, wie auch immer, dann versuche ich erstmal ganz kurz eine Bestandsaufnahme zu machen, okay, was ist eigentlich liegen geblieben, was hat vielleicht wer anders organisiert, wo brauchen wir jetzt noch irgendwie Input von mir und wo muss ich wieder ansetzen und ich mache mir dann wirklich eine Wochen-To-Do-Liste und schreibe mir erstmal ab, was muss diese Woche jetzt also alles abgearbeitet werden, versuche mich nicht davon stressen zu lassen, dass ich den ersten Tag wieder da bin und alle der Meinung sind, jetzt bin ich aber dran und ich will jetzt eine Antwort, es sind aber dann irgendwie 30 Leute, du weißt, du kannst ja an einem Tag 30 Leute abarbeiten, dass man da an der Stelle auch eher versucht, sanft einzusteigen und E-Mails zu schreiben von wegen, hey, ich weiß, du wartest, gib mir einen Moment, ich sortiere mich kurz, ich melde mich bis Mittwoch bei dir, dass die so einen kleinen Zeitrahmen haben und dann Stück für Stück eben die Sachen wieder abarbeiten. Das hilft mir total. Erstmal Bestandsaufnahme, neu sortieren, neu planen und dann wieder neu ansetzen. Ich hoffe, es waren Sachen dabei, die euch inspiriert haben, die euch irgendwie weitergeholfen haben. Wenn es noch andere Sachen gibt, die ihr wisst oder die ihr gelernt habt, die ich jetzt ganz anders gesehen habe, schreibt das sehr, sehr gerne. Das würde mich sehr interessieren und ansonsten hoffe ich, ihr habt einen wunderschönen Tag. Passt gut auf euch auf und wir sehen uns im nächsten Video, wenn ihr mögt. Bis dann. Tschüss. Tschüss.